Jaja, dann wollen wir doch mal versuchen, ob wir noch spielen können. Oh, der Lone kippt ja wieder zu tocken. Ah, das sieht so geil aus. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt vorbei. Geilheit. Aber was... auch schön wäre, wenn es eine neue Map geben würde, so in diesem Style eigentlich. Ja, in den Horror-Style, ne? Ja. Ja. Das wär richtig... Das war richtig porniös. Nein! Ach, verflucht. Ja, doch wär's. Ja, aber ich bin grad zu spät gestartet. Was zum Teufel? Was war das denn grad? Was ist denn jetzt los? Habt ihr das Ruckeln auch? Ja, aber sowas von! Was? 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 Wir sprechen eigentlich Deutsch, dachte ich. Also... Pinky und... Pinky, fahr, gib Gummi! Au, ich musste... Komm da, das geht doch in der Mitte! Pinky! Aaaaah! Juko! Juko, du warst viel weiter vorne, also... Ja, ich bin danach gefahren, weil die nicht gefahren ist. Ey, weil die hat doch nen Namen, ne? Ja, die da, die da den Ball nicht trifft, ey! Ja, die da hat nen Namen. Die da, die da, die, die da... Ich triff den Ball aber auch nicht! Also bei mir ist es wirklich Unfähigkeit, aber bei euch? Ey, bei... also das war... Ja! Also... Also es wird irgendwie gerammt, also... So? Schiebt man sich... Ja, guck dir an! Rückwärts, ey! Die kickt mich rückwärts weg! Was? Ja. Nein! Das ist ne Aufwärmrunde! Nicht die, die da vor? Ey, das war ja... Das war ja... Das war ja... Das war ja... Das war ja nichts zum Aufwärmen, das war nur zum Prost. Okay. Jetzt chill doch mal, Autor, ey! So laut, man! Ich hab ihn! Sehr schön! Okay. Dann bring ihn mal in die Mitte. Okay, mach ich! Oh! Dann nicht! Pinky, mach das! Bitteschön! Bitteschön! Sehr schön! Dafür, dass Juko mir den Buß geklaut hat, glaube ich? Nee, ich hab keinen Buß geklaut. Doch! Hinten warst du... Ne, Juko... äh, nein! Pinky! Ja, nein! Ich weiß es nicht mehr! Ja, was denn nun? Einer von euch ist zurückgefahren? Doch! Juko, als du den nicht getroffen hast, bist du ein Stück zurück und hast auch einen Buß geholt. Boah, keine Ahnung, du, ey! Schon zu lange her, ne? Ja! Ja, das kenn ich. Ich glaub, der wurde dir weggenommen. Ja! Ich hatte ja auch keinen Buß mehr! Ah! 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 Oh! Ah! Was zum... Fahrt zurück, wenn ihr nicht wisst, ob ihr ihn kriegt. Tja, machen wir doch! Ja. Aua! Aua! Mach mal Platz hier! Hier, 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 hier! Pinky! Was machst du da? Ey, 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 ey! Jetzt! Ey, Pinky! Ey, ey! Was? Ich hab ihn gehalten! Nein, natürlich nicht! Das war ich! Jonas! Äh, ja! Pinky? Oh! Ja, ja! Ich bin gefühlt... Steck der weg gerade! Ups! So kann man den Ball auch halten, also, ja! Ja! So, weg damit! Weg! Wo seid ihr denn? Los, Pinky! Ja! Weg da! Ich komme! Ich bin hin! Bring Mitte! Oh! Ein bisschen zu schief! Da war Mitte und sie... Ey, Leute! Pinky! Wo seid ihr denn? Und hoch! Ja! Ah, zu schief! Ich meinte dich nicht, den Ball, der wollte eigentlich... Der, naja... Los, Pinky! Los, Pinky! Oh! 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 Los, Pinky! Das fand ich nicht! Oh, verdammt! Diese verdammte Bande, ey! Wo seid ihr denn? Äh, hier! Ja, aber nicht da! Nee! Ja! 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 What the fuck?! Juna, das hast du vermisst mit uns, wa? Ja! Ja! Nein, das Spiel! Das ist... Ja, mit uns! Ja! 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 Aha! Oh, geil! Endlich mit dem Weiber wieder spielen! Ihr wisst schon, dass wir... Sie macht es ein auf hart! Ihr wisst schon, dass wir eben noch Ultimate Chicken Horse gespielt habt, oder? Ja! Warum? Was hat das damit jetzt zu tun? Auch wenn ich da noch schlechter war, war das irgendwie spaßiger. Was? Ah! Du bist doch mit uns hier! Hallo! 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 Oh ja, gut, dass ich auch gestartet bin, ha? Los, Kiki! Ja! Was denn? Oh! Oh! Oh mein Gott! Er kommt! Ja, dann lass ihn nicht rein! Nein! Ich lass ihn nicht rein! Haha! Juna! Ich entschuldige aber, es waren drei Stück von den Gegnern direkt am Ball klebend, ey! Ja, wolltest du von keinen von den drei, dass er reingeht, wa? Haha! Haha! Tja! Zehn Coins! Was kann ich mir jetzt kaufen von Zehn Coins? Ich hab 13! Juhu! 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 Wollt wirklich nochmal gegen die? Wieso nicht?! Okay! So, einer von ihnen weg, der Beste ist weg! Haha! Der Beste ist weg! Und das war der schlechteste! Hahaha! Haha! War nicht lustig, sich weiß. Tja! 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 daran ich war an muss jetzt los jetzt ich habe angefasst und er kommt noch mal ich bin doch gar nicht da ich bin doch gar nicht doch da kam ein anderer noch zwischen so jetzt mit der kommt da keine mitte man ja aber somit so aber so dass ich mal ansatzweise oder so mitte gewesen aber die hätte so machen können ja ich hätte pup machen können damit auf jeden fall drin gewesen ist ja schön Ich glaube, Juna würde uns gar nicht den ganzen Tag aushalten zu zweit, ey. Ich glaube echt nur um das Spiel. Um euch geht es doch gar nicht. Ohhhh, Juna. Ohhhh. Wir sind zwar aber traurig. Okay. Ich habe ihn. Sehr gut. Oh, Pinky, dann. Mach mal Handel da, ey. Was? Da, mach Tor, mach Tor, mach Tor. Ohhhh. Schwere Geburt. Ja, komm, Rinder. Ohhhh, die Mutti. Komm schon. Ja, was fliegst du da? Ey, beide fliegen, ne? Und keiner von denen kriegt den, ey. Das war genial. Du fliegst, der Gegner fliegt und keiner von euch beiden kriegt. Ah, ist auch mal schön. Ja. 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 Renn in die Mutti. Oh. Äh. Juna. Juna war, war schneller. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Ja. Guck, da sind wir aber zu dritt. Guck. Juna, Pinky und Joko. Ah, herrlich. Ja, ne? Total. Oh, Pinky, hast du den? Ah, ja. Den hast du aber vorhin reingeschissen, ey. Äh. Ja. Ja. Weiter ging's nicht, hallo? Hallo? Was, weiter ging's nicht? Komm, 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 komm. Geh rein, geh rein, geh rein, geh rein, geh rein, geh rein, geh rein. Yes! Ja. Ausgleich, Ladies, Ausgleich. Ha, 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 ha Einer von uns! Einer von uns! Ja? Ich wollte ihn doch rausholen! Ich guck mir das jetzt mal an, ey. Nein, tu's nicht! Sekunde früher dran, dann wär's vielleicht ein anderer Winkel geworden. Wochen, oder? Oh ja! Boah, ist das geil! Hallo? Komm, da müsst ihr euch! Oh, Controller? Controller, Controller, mach was! Okay, okay. Controller, mach was! Ja, treffen den Ball wär jetzt auch noch nicht schnell. Boah, ist das geil! Ey, geil, das ist ja... Die holt sich erst mal einen runter, wegen der Map, ey. Boah! Geil, ey. Die Map ist echt... Die ist ja echt mega. Ey, die haben wir uns noch gewünscht, jetzt haben wir unsere Map. Ja. Ja. Joko? Das heißt gewinnen, ne? Natürlich, ne? Gewinnen, ne? Das wär' jetzt noch geil. Mhm. 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 Aha. Aha. Und ausgerechnet hinter unserem Tor ist... Ich seh' nix, huh? Ich hab' nix gesehen, ey. Entschuldigung, wurde zerstört. Ja, alles gut. Weil ich den Ball halten wollte. Oh mein Gott! Ganz ruhig, der geht rüber. Oh! Der aber, der aber! Uuh! Hau! Uuhu! Wuhu! 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 Sehr schön! Ja, jetzt müssen wir... Komm, Pinki! Ja! Ihr macht fertig, ehrlich. Ja! Ja! Ja, ja! Kommt schon! Leute! Wuhu! Wuhu! Was war das denn? Ja, ich geh' nach hinten. Okay. Ach! Oh! 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 Anscheinend auch mit... mit gutem Grund. Ja, ja, ja. Ja? Nein, ich war zu schnell. Ich bin hinten! Ich bin hinten! Bleib ruhig! Ja, Yoko, wo bist du denn? Mein Controller! Oh nein! Controller! Zu viel zum Thema. Meine Controller sind alle gut. Die funktionieren alle noch einwandfrei. Ich dachte, sie sind ausgesteckt, weil ich so... Ah! Oh! Äh, Leute? Ja? Hilfe? Krampas! Geil! Geil! Los, Pinki! Los, los, los! Go, 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 go! Nicht zu doll! Okay, okay! Ich hab nichts gemacht! Ja. Du hast gesagt, nicht zu doll, also deswegen... Ich wurde... Hab ich nichts gemacht! Ja, ich war bei der Bude bumm. So! Jetzt hat er rein da! Komm! 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 In die Bude! Ey, bei der Höhe soll der rein! Ja! Naja! Warum denn nicht? Das würde ich ja nicht mal einen Mann schaffen! Entschuldigung! Oh, genial ey! Ja! Absolut geil! Oh! Oh, oh! Der passt mal auch geil! Wo blieb der denn? Oh! Der hat den Mann einfach unterwegs sein lassen! Oh, ich brauch den doch! Oh Gott! Komm! Juna! Ja, Juko. Jetzt schießen wir nach... Wuh! Nee, nee, nee. Ja, ich hab die Kurve nicht mehr. Oh mein Gott, oh mein Gott! Ich hab ihn ganz kurz! Puh! Wird schon ganz heiß. Ja nicht nur hier. Ich brauch jetzt hier mal einen Schuss, ich bin hier... Hast du einen Schuss? Konzentriert euch doch mal! Ja, du sagst doch, du willst einen Schuss haben. Da. Juna, aber nicht in unsere Hälfte. Ja, sorry. Oh, shit, der ging schneller hoch als erwartet. Binky. Äh, was? Bob, was ist mein Tor, ey? Nein, da war noch genug Bande da. Ja, von meiner Seite aus. Ja, wenn er kommt, fahr ich. Ja, gut, wenn er nicht kommt, dann fahr ich auch. Oh, Binky. Ja, was denn? Hier, Mitte. Ja, nee. Jetzt machen wir den selber. Da waren jetzt zwei. Sorry, aber. Oh mein Gott. Wie sich das dann hört. Trotzdem ist die Map geil. Oh, ja. I like it. Ich auch. Ich auch. Ist aber schon. Oh, ja. Geil. Ich bin im Tor, ich bin hinten, ne? Huh. Juna? Sehr schön, sehr schön. Nein. Sag Bescheid, wenn ich da vorne kommen soll. Mitte. Okay. Komm schon, Juna. Nein. Oh, schade. Ah, sah gut aus. Ja, danke. Ja. Ja, ja. Immer wieder gerne. Freut ihr euch. Ich habe nicht gedacht, dass die sich da gegenseitig blockieren. Das ist jetzt... Gut, dass sie an die Seite gefahren sind, dass Juko gesch... Uh. Sowieso, dass... Gut, dass Juko geschossen hat. Mal ganz ehrlich. Warum? Au. Ich sehe nix. Das ist... Warum siehst du nix? Der, weil der Bum gemacht hat. Ja, ich habe es wohl... Ja, ist der Bum gemacht. Ey, so oft... Kommt mal, Mitte, wenn es klappt. Mitte, Mitte, Mitte. Nein, auf! Nicht fluchen! Leggo-Milo! Ascho-Planco, ja! Heilige Makrele! Oh, Heilige Makrele! Oh, eins verloren, ey. Ich habe nur eine Toffee-Fee, die ich eigentlich noch brauche für morgen für das Rezept mit dem Blätterteig, weil ich habe... Das ist doch jetzt gerade. Aha. Aha. Ich habe drei Packungen, Toffee-Fee, wenn du willst. Oh, ja. Nehme ich ja auch gerne. Oh, ja. Dabei esse ich die gar nicht. Was? Ne. Was? Was? Ab in die Ecke. Sofort. Mhm. Also, ey. Das geht gar nicht. Du musst Hunger da drauf haben. Wenn ich keinen Hunger habe, dann können die Tage lang bei mir stehen. Boah. Ich habe nur Hunger drauf, wenn ich es nicht habe. Wenn ich es habe, dann... Ja. Ich habe momentan eher Hunger auf Kuchen. Oh, ich habe schon Tränen im Mogen, ey. Ja, ich auch. Oh mein Gott. Von mir sei es, Leute, ey. Von mir ernst. Oh, ich habe auch Schmerzen. Oh, der geht auch noch mal rein. Der geht nicht rein. Die sind so mit Lachen hier beschäftigt, dass man hier gar nicht spielen kann. Ja, sorry, ey. Oh Gott, das war ja auch, ey. Ich weiß gar nicht mehr, Leute, ey. Joko? Ja? Warum lachst du? Wie, warum? Ich weiß ja nicht mehr, worum ging es eigentlich überhaupt? Okay, bitte einmal aufklären. Ich habe das Penis gesagt. Aufminimal bitte. Also, das ist jetzt gerade. Ich vergesse mich gerade zu atmen ein bisschen hier. Meine lieben beiden. Also, jetzt noch mal. Warum lacht ihr eigentlich? Was war noch mal der Grund? Ich habe Geräusche gemacht und es hat sich angehört wie Penis. Du hast Penis gesagt. Was, das habe ich nicht? Du hast Pimmel gesagt. Du hast es gesagt. Ich habe das voll verstanden. Nein, hat sie jetzt gerade nicht Pimmel gesagt? Ja. Ich muss was trinken, ey. Gut, dass ich mein Trinken hier habe. Ja, dann mach das mal. Ja. Okay. Du, dass wir nicht stören-Channel sind. Weil das ist jetzt doch nicht mehr ganz so jugendfrei. Wirst du ganz heiß, Leute. Ich weine, ey. Lass mich trinken, ey. Okay. Die ist voll aufs Sterben, ey. Setz dich mal gerade auf, damit du genug Sauerstoff kriegst. Ich will nur was trinken, hört auf, ich stelle euch dumm, ey. Was machen wir denn? Ganz ehrlich, ich habe gar nichts gemacht. Sie hat Pimmel gesagt. Es geht schon wieder los. Keine Ahnung. Ach, Yoko. Ah, voll süß. Ich habe noch was in den Mund gehabt, ey. Schluckst du Luder? Ach, Yoko. Ach, Yoko. Ach, Yoko. Entschuldige, ich dachte, du bist schon fertig gewesen mit Trinken. Ach, Yoko. Das wollte ich nicht. Das ist ja nicht so schön. Ach, Yoko. Allerdings ist es auszuspucken gegen den Bildschirm. Das wäre nicht gut. Richtig so eine Wolke. Ne, das ist nicht, das ist nicht, nein, das ist nicht schön. Ich hätte einfach nach rechts gespuckt, da ist nix. Und da ist so ein Stuhl. Okay, wir stellen uns jetzt so vor, Gabi sitzt neben ihr und sie so zu ihm. Kappelsgesicht. Ja. Das habt ihr schon mal gebracht. Ja, ja, ja. Wo ich so lachte, ich musste so lachen, ne. Und ich war gerade am Trinken gewesen und ich hatte Wasser im Mund. Und ich konnte es nicht runterschlucken, weil ich lachen musste und so alles. Aber da musste ich das halt rausspucken, da konnte ich es nicht mehr. Und da war ne Freundin von mir da und die hat das voll abbekommen, ey. Oh. Ich hab aber auch schon mal gehabt, dass ich auf dem Essenstisch, keine Ahnung warum oder so, irgendwie musste ich lachen. Ich glaub, mein Bruder hat irgendeinen Witze oder sowas erzählt. Und der war irgendwie anscheinend so gut gewesen, dass ich einmal so wirklich über den ganzen Tisch, über das ganze Essen. Okay. Hat das mehr für dich über. Ja. Ja. Es war mein... So, also für eine Runde wär ich noch. Ja, ja. Oh, das geht gut. Ja. Ja, dann starte mal. Gut. Okay. Also es gibt Erfahrung. Und Ladies, ich hab die ganze Zeit aufgenommen. Oh yeah. Ja. Jetzt echt? Ja. Seid ihr den Flash anverladet, ey. Mit Pümmel. Ja. Oh ne, ne. Jetzt recht. Ja. Echt? Ja. Echt? Nein, 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 nein. Pinky? Ja? Was war das? Äh, du, ne. Ich war das nicht. Ich weiß nicht, aber eigentlich ist immer einer noch hinten, wenn der Start ist. Ich weiß nicht, was war da los, meine lieben Ladies? Ich bin Tor. Nee. Nee. Doch. Aber sowas von. Nee. Wir haben Beweis. Das wird wie ein Mee-Thresher oder so. Mee. 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 Oh, Pinky. Was denn? Ich hab doch gerettet. Hallo? Oh, nee. Da klaut die mir den Boost, ey. Ich glaub's einfach nicht. Oh. 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 Oh, tutu. Puff. Oh, warte, 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 warte. Oh, oh, oh. Ja. Yo. Ich hab immer noch keinen Lust. Massaker hier, ey. Uh. Ey, 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 ey. Ups. Oh, 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 oh. Ich hab den, 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 ähm. Ja, war das ein paar Spiele? Mhm. 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 Ja, nein. Das ist voll grob. Mhm. Ach komm, ich hab mal schon. Mhm. Mhm. Ups. Joko, komm schon. Yeah. Ich hab den einen weggeschossen, aber sowas von, ey. Uh, der kommt gut, der kommt gut, der kommt gut. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Nein. Der kam so gut, dass die jetzt einfach nur reinkicken müssen, ne? Ne, also ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab ihn auch nicht gesehen. Ich hab ihn auch nicht gesehen. Ich weiß von nichts. Ja, aber auch nicht. Ja, was machen die? Kicken die ihn? Treffen die ihn? Was macht der? Aua. Au. Komm jetzt. Mitte, 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 Mitte. Mitte, 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 Mitte. Komm schon. Oh, nochmal, Mitte, Mitte, Mitte. Mach doch nochmal meine. Bl, 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 bl. Das war jetzt eigentlich, was ihr gemacht habt. Das ist anstrengend! Oh ja! Oh nein! Oh schade! Ich war auch da mit drauf. Ey, wo warst du? Ich hab dich nicht gesehen. Kein Boost! Oh oh! Oh oh! Hoppala! Hihihi! Ähm... Äh, 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 Leute! Leute, Pinky! Uh! Mach, 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 mach! Komm schon! Jetzt! 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 Leute! Zurück! Pinky, wieso spielst du den gegen mich? Nee, 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 nee! Ich hab ihn nur zur Seite gedrängelt, damit er nicht ins Tor kommt, weißt du? Aha, 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 aha! Ja, ja, das ist so meine Taktik, so, ne? Ja, ja, rückwärts fahren und so, ja, ja! Ja, nee, ich bin vorwärts gefahren, ne? Ja, mhm... Du mit deinen rückwärts fahren? Aha! Ja, ja! Da sagst du aber auch nur du, ey! Hihihi! Komm, wird das was? Uh! Oh oh, der kommt! Oh oh! Oh! Wie kann das denn sein? Hallo? Hallo? Ey, was ist denn da los, Yoko, hä? Warte! Warte! Und da bin ich auch! Ah ne, ich bin fit zu spät, okay! Ja! Du hast einfach zu lange gewartet! Ja! Und sie wartet? Und sie wartet? Ja, tut mir leid, das sah für mich so gut aus! Gut und du! Haha! Er schießt! Oh! Ne, er hat nicht! Er hat nicht geschossen? Oh! Also, ich bin im Tor! Ja! Ähm, ja! Äh, ja? Ja! Was passiert? Joko fällt vorbei! Oh! 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 Wie können die immer schneller sein wie ich? Ey, das gibt's doch nicht! Oh, das geht, ey! Nein, das geht nicht! Ah! Uh! Oh! Oh! Was? Alter! Chill! Oh! Wo seid ihr? Wo ist mein Gegen-Mitspieler hier? Das ist... Wir waren... ...Mittefeld! Ja, ich brauch immer nur einen vorne! Alle sind ja auch nicht lieb! Naja, ich war hinten, ne? Ja, ich war Mittefeld! Los jetzt! Komm Pinky, geh nach vorne! Ja! Geh vorne! Warte! Hab ich? Äh! Nicht! Au! Au! Ja! Mach dir mal einen... ... 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 sehr gut älter fall da ich hab ein rückwärtssalto gemacht muss man aber nicht nein der ball wäre eigentlich interessanter gewesen ja ja auch aber aber drei am weg bist du ja gut